Gönnt ihr dieses oder andere Spiele direkt bei Eneba deutlich günstiger? Der Link ist in der Videobeschreibung. Wir sind mal wieder unterwegs in GTA Online und haben was Verrücktes vor. Denn, meine Freunde, wir haben uns heute in einer Lobby zu 30 versammelt, um eine Bustour zu machen. Hier, schaut es euch an. Ganz viele Büschchen sind am Start. Kleine, große, alles ist mit am Start. Gelbe, blaue, grüne, rote, alles ist mit am Start. Und es ist verrückt, mit 30 Leuten fahren wir jetzt hier unsere Bustour. Dementsprechend, wo ist ein Miner? Ich habe ihn schon wieder verloren. Hier sitzt schon einer drin. Hier sitzt noch keiner. Ich glaube, das ist ein Miner. Tür auf, Jason rein. Und ich würde sagen, meine Freunde, meine verehrten Busfahrerkollegen, es geht los, ich fahre vorne weg. Okay, warte, ich muss hier ein bisschen, tut mir leid, ich glaube, ich habe den ersten Unfall gebaut. Das muss ja keiner wissen. So, meine Freunde, die Regierung hat sich dazu entschieden, dass jetzt der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden soll und hat ein paar Busfahrer eingestellt, damit hier den öffentlichen Nahverkehr von Los Santos etwas, naja, motivierter wirkt. Hier ist unsere Bushaltestelle. Bro, du fährst der ersten Bushaltestelle vorbei. Siehste mal, schon wärst du gekündigt worden. Das ist der Grund, warum die Leute nicht Öffis fahren. Weil die Busfahrer einfach vorbeifahren. Meine Güte. Meine Güte. Was soll das? Oh Gott, das sind noch nicht mal alle, die sind da hinten noch nicht mal um die Ecke rum. Das ist so geil. Das ist die Expressline. Jaja, das ist jetzt der Zug. Scheiß mal auf Züge. Wir machen einfach dauerhaft Busse. Fahrt aber mal hintereinander, bitte. Das ist hier kein Wettrennen. Lasst mal hintereinander fahren, weil dann ist unser Konvoi noch mal deutlich länger. Dann können wir noch mal gucken, wie lang hier unser Konvoi werden wird. Ich halte da vorne mal an. Lass mal gucken, wie lang, dann können wir mal messen, wie lang hier unser Konvoi wird. Stell euch mal alle hintereinander. Alle hintereinander. Ich halte jetzt ja nicht. Das ist eh eine rote Ampel. So, stopp. Buff. Und Auffahrunfall war ja wieder klar. Ja, Wolf hat eh einen falschen Bus. Schon wieder frech genug, dass er seinen falschen Bus nimmt. Obwohl eine Ansage, was ganz klar was anderes war. So. Und jetzt alle hier, Popo an Gesicht mäßig. So. Ja, natürlich krass. Hätten wir jetzt wirklich 30. Wäre natürlich krass. Junge, guckt es euch an, wie viele das sind. Der Busfahrer. Oh, guck mal. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Junge, guck dir mal an, wie lang das noch geht. Oh mein Gott. Wir sind erst Busunternehmen Nummer 1 und da oben fährt sogar noch eine Straßenbahn. Ist das geil. Ist das gut. Ist das gut, ey. Okay, okay. Unsere Fahrt geht weiter, meine Lieben. Es geht sofort weiter. Einer hier vorne hat sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten. Perfekt, neidlos. Letzte Verwarnung, sonst fliegst du aus der Crew. Ansage war ganz klar, keiner überholt mich. Ach, verarscht. Jetzt war ich nämlich hier lang. Geh mal zum Flugplatz. Ja, ja, hatte ich jetzt eh. Wir fahren jetzt mal zum Flughafen. Und die, die jetzt noch keinen Bus haben, holt euch bitte mal einen eigenen Linienbus. Genau so ein Ding hier. So ein Modell. Damit wir wirklich die maximale Länge erreichen. Ich will wissen, ob wir hier einen Weltrekord knacken können. Oh, tschüss. Der springt direkt raus. Besser wär's. Ich hab keinen Bus. Ja, den findest du auch überall auf der Straße. Kannst du einfach einsammeln. Musst ja keinen eigenen nehmen. Jo, ey, guckt's euch an. Guckt's vor allem auf der Minimap. Das seht ihr jetzt gar nicht auf YouTube und TikTok, gell? Seht ihr nur auf Twitch. Aber ey, das ist so... Wie lang einfach die Kette. Einfach ewig lang. Das ist so gut. Ich find's so gut. Deine Meinung zum Ungeskandal, Digga. Keine Ahnung, was mit dem Ungeskandal ist. Das ist mir wirklich völlig Wurst. Also wirklich. Ich find's eher skandalös, dass GTA 6 immer noch nicht erschienen ist. Das ist der Skandal, der mich interessiert. Find ich viel schlimmer. Das ist wirklich der... Das sind die wahren Probleme, mein Lieber. Ronaldo oder Messi? Es ist mir... Ey, das ist... Ihr stellt Fragen. Die sind mir ja völlig Wurst. Sag ich dir, wie sie ist. Fußball ist mir wirklich sowas von egal. Ich guck EM und WM-Spiele nur, wenn Deutschland spielt und dann auch eigentlich nur wegen der Stimmung und dem Ambiente und nicht wegen dem Spiel. Also Fußball ist mir wirklich... Das könnte mir nicht egaler sein. Also wirklich. So. Julex oder Onnit? Save Onnit? Warum hab ich Sterne bekommen? Warum hab ich jetzt Sterne bekommen? Warum hab ich einen Stern bekommen? So, Freunde. Wir stellen uns jetzt alle hintereinander einmal auf. Nicht verfügbar. Weil ich schon keine mehr hab. Okay. So, wir stellen uns jetzt hier einmal auf in einer langen Reihe. Wahrscheinlich auf der anderen Seite ist es ein bisschen besser. Aber ist eigentlich egal. Wir machen hier in der Mitte. Komm. In der Mitte, da haben wir eine richtige Straße. hintereinander, meine Freunde. Guck mal auf der Minimap. Das ist so geisteskrank. Alle hintereinander. Nicht nebeneinander. Nicht aufeinander. Nicht rückwärts. Sondern wirklich hintereinander. Ganz wichtig. So. Adrian, was geht ab? Ja, aber ich hätte, glaube ich, aus dem Bauch heraus hätte ich auch Ronaldo gesagt. Liam, du hast überhaupt keine Frage gestellt. Du sagst tausendmal, ich soll dir auf deine Frage antworten. Aber du hast überhaupt nichts gefragt. Was soll ich denn dir da sagen? Oh, wie der gut. Oh mein Gott. Guck mal. Oh mein Gott. Fallen wir mal echt so ein bisschen dicht aneinander. Ja, ihr müsst jetzt nicht crashen, aber schon eng. Damit es hier möglichst so ein gleichmäßiger Abstand wird. Und hier sind ja auch manche noch doppelt belegt. Das sind ja noch nicht mal 30. Das sind ja noch nicht mal 30. Das sind ja noch nicht mal 30, muss man ja dazu sagen. Ey, das ist so krass. Das sind ja jetzt hier 1, 2... Ach, Digga. Ich glaube, hier 10 ist einfacher. Ne, das ist es nicht. Weil manche ausgestiegen sind. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10... Äh... Ah, nee, warte mal. Hier, jeder ist so ein Huggel ist ein Ding hier. Es ist so hell. Ich sehe wieder nichts. Och, Kinder, was macht denn ihr? Ich sehe schon wieder nichts. Es sind viele. Es sind wirklich viele. Es sind wirklich, wirklich viele. Es passen sowieso nicht alle in eins, leider. Es passen... Wie viel passen in einen Bus? 12, glaube ich. Das heißt, es passen sowieso nicht alle in einen Bus rein, leider. Und deswegen ist es viel lustiger, finde ich, wenn wir mit so vielen sind. Weil es einfach so unglaublich riesig wird. 16 sogar. Ah, okay. Haben wir noch extra schon Short geplant, Wölfchen. Hey, was ist denn das hier? Du Feuerleger, du. Du, kleines Würstchen. Wegen dir verbrennt jetzt hier der wunderschöne... wunderschöne Dingsbums, Waldbrand und ich kann nicht in den Urlaub fliegen. Merkste was? Merkste was? Frech. Noch jemand wegen dem Benz hier. Flo, den haben wir heute jetzt schon fünfmal gezeigt. Den zeigen wir auch zum Abschluss nochmal. Keine Angst. Aber wir können den jetzt ständig zwischendurch holen. Wollen auch noch ein bisschen was anderes machen. Aber wir können den gleich nochmal zeigen. Am Ende, keine Angst. Kommt schon noch. Beste Geld weg in... Was? So. Oh yes. Okay, sind alle da? Dann können wir jetzt weiter, oder? Wir müssen ja hier noch unser Linienbetrieb aufrecht erhalten. Los geht's! Alle einsteigen! Die Fahrt geht weiter! Los geht's! Alle Türen schließen! Meine Tür ist noch offen. Ich bin wie ein UPS-Boote. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geht es euch aber auch manchmal so, dass ihr voll Bock habt, mal so mit so einem UPS-Auto zu fahren, die einfach so die Tür beim Fahren aufhaben? Ich glaube, das ist voll der Vibe. Ich glaube, das ist voll der Vibe. Das ist Cabrio neu erfunden. Das ist Cabrio neu erfunden. Und das würde ich mal voll fühlen. So, wir fahren natürlich auf der Straße. Stopp! Da steht Stopp! Alle... Oh nein! Oh, wir haben Platz in der Lobby! Wölfchen ist raus! Wer mitzocken möchte, jetzt geht's... Oh, ich hoffe, da passen wir durch. Das wird, äh, eine Nummer. Oh doch, easy. 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 Gar kein Problem. Kein Ding für den King. So. Achtung, Bremsen, Freunde. Abstand halten. Aua. Meine Güte. So. So. Nur kurz gegen den Verkehr fahren. Ja, hier ist kürzer. Spritspanen und so. Bannen. Alle direkt rausbannen. Tschüss. So. Guck mal, jetzt sind wir auch wieder auf... Jetzt sind wir auch wieder auf Kurs. Jetzt sind wir wieder auf Kurs, Freunde. Ich mach mal langsam, damit alle wieder aufholen können. Guck mal, wir haben die Hälfte abgehängt. Hinter den Toren hängt man immer leider viele ab. Wenn das Tor einmal zugeht, ist es schwierig. Deswegen, wir machen mal langsam, damit die anderen aufholen können. Oh, ganz entspannt. Ey, das ist so geil. Ich liebe sowas. Ich liebe immer, wenn wir so Ausfahrten machen mit so richtig vielen Leuten. Ich finde das einfach immer witzig. Ich finde das immer übel witzig. Warten wir mal kurz, bis alle wieder am Start sind. Oh, oh. Da kommt jetzt hier die Aufräumfraktion. Oh, alle da. Gut. Weiter geht's. Ah ja, Wölfchen, möchtest du das nochmal erklären? Also du kannst kurz zu Voice-Chat kommen, wenn du möchtest. Dann können wir das nochmal kurz erklären, wenn du magst. Unser neues Ding da. Unser Ding. Polizei auf der Fahrbahn bremsen! Der Auffahrunfall ist totes. Ich mach extra Vollbremsen, damit wir die Polizei nicht umfahren. Alle anderen, puf. Einfach dagegen. Interessiert nicht. Gewinnspiel lösen wir gleich noch auf. Ja. Wir fahren jetzt hier noch einmal auf dem Pudding. Dann zeige ich nochmal den Mercedes. Dann lösen wir das Gewinnspiel auf. Und dann... Ach nee, wir wollten uns ja noch die Gaming-Accounts angucken. Aber das können wir auch sonst im nächsten Stream einfach machen. Da haben noch ein paar mehr Leute die Möglichkeit, es einzusenden. Schaut mal auf Discord im Hauptchat. Da hab ich euch drum gebeten, euch gefragt, mir mal ein Bild von eurem Account zu schicken. Einfach so ein Bild, was für euch euren Account repräsentiert. Und das könnt ihr gerne noch machen, wenn ihr Bock habt. Dann gucken wir uns das im nächsten Stream am Mittwoch zusammen an. So, sehr schön. Komm, dann fahren wir jetzt hier unsere Runde noch zu Ende. Und dann zeige ich nochmal den Benz, damit alle glücklich sind. Und dann... Ja, gucken wir mal. Dann gucken wir weiter. Klingt doch nach einem soliden Plan für heute Abend, oder? Wann müsst ihr morgen raus? Gibt's irgendeine, wenn der morgen so richtig früh raus muss? Hallo, gute Beiträge. Dankeschön, Furkan. Das ist ja lieb von dir. Also ein Bild sozusagen mit einem Auto und einem Charakter. Das ist, Batzi, ist völlig deine Kreativität. Also du kannst ja mal gucken, was die anderen so gepostet haben. Also wirklich, wie du möchtest. Wenn du sagst, einfach ein Bild, wo du sagst, das repräsentiert deinen Account. Einfach ein Bild, wo du sagst, das ist so, das ist dein Account. So in dem Sinne. 5.50 Uhr. Alter, das ist ja wirklich grausam. Das ist wirklich grausam. So. Vor allem, wir fahren jetzt zum Busbahnhof. Da, wo alles angefangen hat. Da wird es beendet. Stellt euch mal hier nebeneinander. Komm, wir machen jetzt ein kleines Bus-Wertrennen noch zum Abschluss. Stellt euch mal alle nebeneinander. Möglichst. Alle nebeneinander. Diesmal dürfen wir nebeneinander. Und wir fahren. Ich glaube, eine Kurve würde ich mal lieber nicht einbauen. Das eskaliert nur. Und einfach noch ein Drag Race. Solange du an einem Event teilnimmst. Ich möchte an keinem Event teilnehmen. Gesundheit, Sonderfahrzeug, Aussehen. Äh, nee. Wo sind die Kacke? Ich will an keinem Konkurrenzkampf teilnehmen. Äh, 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 was ist das denn? Einstellungen. Konkurrenzkampf. Ausblenden. Ich hab das ausgeblendet. Warum, warum steht da still die Waffen? Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Ah, so, aus. Besser ist das. Während eines Jobs nicht verfügbar. Ja, okay, never mind. Ah, ja, ja, cool, dass ich auch jetzt hier hinten bin. Na gut, dann brauchen wir, dann sagen wir halt, wenn es ingame ne Uhrzeit hat. Weil, wenn es 3 Uhr 15 ist ingame, ja? 3 Uhr 15. Vollgas einfach geradeaus. Kleines Drag Race, okay? Okay, 3 Uhr 15 und dann Vollgas. Okay, let's go. Da läuft schon einer. Rum im Oktoberfest-Outfit, besser ist es. Ist auch schön, oder? Dass ich hier als erstes stande und auf einmal sind alle vor mir. Korrekt. Okay, 3, 2, 1. Aha, soviel zum Thema Frühstart da vorne. Erstmal alle wegbannen direkt. Tschüss. Alle Frühstart da vorne. Frech. Ja, nur was die Hälfte halt falsch wird. Oder haben wir irgendwas gesagt eigentlich so als Ziel? Eigentlich hab ich gesagt nur Drag Race geradeaus, ne? Guck mal hier, die Letzten werden die Ersten sein. Kopf einziehen. Los geht's. Schneller, 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 schneller. Und Anton geht in Führung. Wolf, Niklas, paddeln, paddeln. Bazzi im Hauptchat ist extra so ein Thread. Hab ich da gestartet. Und jetzt die Schanze. Die ultimative Schanze des Grauens. Oh Gott. Oh nein. Oh, 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 oh. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ja. Oh Gott. Geil. Geil, 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 geil. Okay. Und das, meine Freunde, war die Bustour für heute. Wenn du auch mal mit dabei sein möchtest und mitzocken möchtest, weil wir so wilde Action in GTA Online machen, dann folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Aktiviere die Glocke und sei mit dabei. In unserem WhatsApp-Kanal findest du auch immer den aktuellen Stream-Plan, wo steht, wann wir streamen und so weiter. Dementsprechend sei dabei. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bzw. Livestream. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Bis bald. Ciao. Peace. Das war's mit dem heutigen Video. Gönn dir dieses oder anderes.